Oh, eine Spinne. Alles ist voll dunkel aus und die Spinne ist voll weiß. Das sieht voll lustig aus. Hallihallöchen meine Tropic Craft Freunde. Es geht mal wieder weiter mit dem langgesinnten Tropic Craft. Let's play. Viele haben sich wirklich von euch so einen Ordner gewünscht, wie ich das beim Star Wars Mod gemacht habe, von Tropic Craft. Und das werde ich, denke ich mal, danach dann gleich mal machen. Mit dem Texture Pack dazu und, ähm, ja. Ich hoffe, mir passiert nicht wieder der Fail, dass man meinen Account sehen kann. Ich weiß nicht, wie man das wegblendet. Keine Ahnung. Ich habe übrigens einen neuen Skin. Einen ziemlich attraktiven neuen Skin. So, ähm, was brauche ich nicht? Was kann weg? Das kann irgendwie weg. Und was brauche ich nicht? Knochen brauche ich nicht. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich mir mit, ähm, hier mit so einem, jetzt habe ich den Namen von dem Getränk vergessen, Pina Colada, dass ich mir damit, ähm, damit die Affen anlocken kann. Deswegen mache ich mir eben mal eins. Dann haben wir bald Affen als Haustiere. Das ist nicht cool. So, außerdem hat mir jemand geschrieben, dass, wenn ich auf Bambus gehe, dass da auch die Crafting-Rezepte für, genau, für die Möbelstücke sind. Wir werden uns alle drei machen, aber zuerst mache ich mir eine ganz normale Liege. Dafür haben wir ja genug. Das geht wie folgt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und in der Mitte drei bunte Wolle. Und dann haben wir ein schön, ein schönes gelbes, äh, Chill-Ding und das können wir uns jetzt einfach hier hin platzieren. Und dann können wir uns dann immer drauf chillen, relaxen, Sonnenuntergang genießen und, ja, das ist doch cool, oder? Ich wollte auch später noch so ein kleines Dach hier drüber machen. Denn es kommen immer ziemlich viele Spinnen hier hin und dann ist man hier nicht sicher. Da wird man in der Nacht von Spinnen überfallen. Ich kann dir mal kurz meinen Skin zeigen. Ich habe mir extra einen tropischen Skin geholt. Und, ja, ich finde den cool. Voll der Pädo. So, äh, genau, was machen wir in dieser Folge oder in den Folgen? Ich werde ihn wieder mal ein bisschen aufnehmen, einfach. Ähm, das Coole ist, am Donnerstag, ja, habe ich nur bis 12.20 Uhr Schule. Das ist voll episch und ich muss erst um 8 los. Das ist richtig heftig cool. Das freut mich voll. Und morgen ist ja Donnerstag. So, ich hoffe mal, ich kann denn diese Folgen überhaupt noch hochladen. Ich werde jetzt das Bambus weiterverarbeiten erstmal. Und dann machen wir, dann kriegen wir wieder ein paar Bambusblöcke. Genau. Und, äh, jetzt werde ich erstmal so mein ganzes Haus mit Bambus ausfüllen. Und dann haben wir ein schönes Bambushaus. Ähm, ich sag mal so, das Tropicraft Let's Play kommt zwar nicht so gut an wie das da aus Mod Let's Play, aber dennoch kann man es sehen lassen und mir macht es auf jeden Fall immer noch ziemlich viel Spaß. Ach so gut, wir haben ja auch erst neun Folgen oder so. Acht oder neun. Ich weiß es nicht. Ich bin doof. So. Ähm. Ich habe mir überlegt, hier, ne, mache ich so eine Liege. Und, joa. Das ist doch chillig, oder? Oh, ist das nicht geil. Richtig auf, kriege ich ja beinahe einen Steifen, so. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt ein bisschen Spinnseide. Und Blumen haben wir da, glaube ich. Also müssen wir nur ein paar Spinn töten. Die kommen ja auch schon wieder gerufen, ich höre sie schon. Na, wo seid ihr denn? Da müsste eine gewesen sein, ne? Ja. Dich brauche ich, deine Seide brauche ich. Damit wir uns später wieder ein schönes, neues, äh, Möbelstück machen können. Wir werden so nach der Zeit immer mal so ein bisschen neue Sachen bauen. Jetzt wird es auch gleich dunkel, deswegen lohnt es sich nicht mehr, äh, wegzugehen. Wir müssen bald mal wieder Bambus sammeln. Na gut, so hoch gewachsen ist es jetzt nicht. Das ist wirklich cool, ich muss nur nicht mal Opti, ich brauche nur nicht mal Opti fein. Und kann, äh, da drüben schauen, wie weit das Bambus soweit ist. Aber geht. So, ich gehe erstmal einmal raus rein. Hier ist es relativ hell. Und hier ist es dunkel. Wollte ich mich eigentlich verarschen, warum ist es hier dunkel und da hell? Ähm, dann können wir doch nochmal, äh, ein bisschen weggehen. Komisch. Also, mich würde es dann auf jeden Fall freuen, äh, wenn der Tropiccraft-Ordner euch dann gefällt. Also, ich sag mal so, äh, es ist viel einfacher. Ihr müsst einfach nur den Ordner dann downloaden. Und mehr ist das eigentlich nicht. Dann müsst ihr das in euren alten reintun und dann habt ihr meinen Ordner sozusagen. Und dann müsst ihr keinen Scheiß installieren, reintun. Joa, das macht, das ist zwar ein bisschen Arbeit, sag ich mal, aber... Für euch mach ich das doch gerne, meine Hasen. Meine Hasen. So. Das bisschen nehmen wir jetzt einfach mal mit. Zack, 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 zack. Einfach mal alles hier niederfällen. So. Und... Was können wir jetzt machen? Ähm... Ich könnte vielleicht noch irgendwas anderes bauen. Wir haben jetzt hier diese Brücke. Was können wir noch bauen? Was können wir noch bauen? Was können wir noch bauen? Vielleicht können wir unser Haus ein bisschen ausschmücken. Ich guck mal, ob wir vielleicht irgendwo noch einen Raum hinmachen können, der irgendwie cool aussieht oder so. Irgendwas muss es ja geben. Und irgendwie leckt man Minecraft heute ein bisschen. Das ist nicht so toll. Was ist passiert denn eigentlich, wenn wir uns... mit einem Schinken hier runter bauen? Okay. Joa... Ich hätte eigentlich eine kleine Idee, aber ich weiß nicht, wie das ausschaut. Ich werde erst mal kurz mir ein paar Blöcke machen. Jetzt wird's aber dunkel, oder? Also, wenn's jetzt nicht dunkel wird, dann... weiß ich... ...kümmer. So. Okay, ich geh erst mal... ...ne Runde schnorzen. Das hat sich jetzt komisch angeht, ich weiß. So. Erst mal ein bisschen gesund essen, damit wir hier auch immer schön fit bleiben und nicht... ...ausehen wie so ein Burger King. So. Ich hab nämlich vor, da unten noch so einen kleinen Ausguck zu bauen. Äh... ...hier irgendwie noch so einen kleinen Raum. Da ist so Glas. Und... ...äh... ...ja. Ich... Glas unter mir und Glas an der Seite. Oben brauchen wir ja kein Glas und hier brauchen wir auch kein Glas. Oh, ich denk mal, das ist doch ne ganz schicke Idee. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen nach oben... ...kommen. So. Ich glaub, das... ...das... ...reicht so, oder? Ein Block vielleicht, nur ein Block, so. Das reicht aber. Tiefer soll's ja auch nicht sein und... ...der Raum soll ja auch nicht nur zwei Blöcke groß sein, weil das ist sonst ein bisschen eng da... So, okay. Hm. Dann würd ich sagen... Hm. Ich muss hier jetzt wieder hoch. So. So breit machen wir den. Genauso breit wie das da oben. Mir ist aufgefallen, mein Haus ist gar nicht symmetrisch. Das ist drei, das ist... Äh... Eins, zwei, drei. Oh, hier ist ein Block zu wenig auf der Seite. Fuck off, man. Scheiße. Ey, das ist doch Fail. Das ist doch voll peinlich. Wird die mal ruhig mal schreiben können, dass ich mich erzählt hab. Dass ich ein Kack-Noob bin. Das ist ja kacke. Also, die linke Seite ist ein bisschen zu kurz geraten. Ja. So. Aber das fällt auch schon ein bisschen auf drei. Hier haben wir zwei, hier haben wir zwei Platz und hier haben wir auch zwei Platz. Ah, hier haben wir eins zu wenig, oder? Kann das sein? Äh, das ist doch scheiße. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nö, wir machen einfach zwei Wege. Dann ist es wieder symmetrisch. Ahaha, Mann, bin ich schlau. Ich bin so richtig gut, Mann. Auf so eine Idee, muss man erst mal kommen, Leute. Also, dann mach ich euch noch eins vor. Und ich hab's überlebt. Wie geil ist das denn? Cool. Ja, ich würd einfach mal sagen, dann farben wir ein bisschen Sand und lassen den Bambus so lange ein bisschen vor sich hin wachsen. Und dann machen wir wieder einen kleinen Ausflug. Ne? Geh? Lalalalalala. Ich bin Schlumpfine. Ich bin Schlumpfine. Und hier haben wir auch schon Sand. Batschie ist der Kopp. So. Ey, machen wir schon 30 Spiele? Was ist das für ein Rotz? Hab ich denn noch... Ich wollte nichts eingeben. Computer. Bla. Videos. Ne, ich hab nur die drei, die ich jetzt gedreht hab. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hab ich noch im Papierkorb was? Papierkoop. Ne, hab ich auch nichts mehr. Warum ruckelt das denn dann so? Hab ich das irgendwie auf Fahr oder so? Normal. Schnell. Okay. Ja, jetzt geht das ein bisschen schneller. Ähm... Mh... 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 Ist ja auch egal. Ich find das echt ein bisschen komisch. Ne, das ist jetzt schnell. Höchstleistung. Okay. Egal, wir brauchen jetzt ein bisschen Sand. Egal, wir brauchen jetzt ein bisschen schneller. Und... Ähm... Ich lass mal wieder auf dem Ausgewohnen. Find ich schon ein bisschen komisch irgendwie. Also, wo ruckelt das denn nicht? Ich hab ja noch über 25 Bilder und das Auge sieht ja nur irgendwas mit 20. Okay, wie vielen haben wir schon? Ich glaub, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Sand. Haben wir eigentlich Kohle? Ja, wir haben sechs Kohle. Das ist ja cool. Es ist übrigens ein Default-Pack, nur im 32er-Stil. Also doppelt so groß. Wie das normale. Schaut ein bisschen cooler aus. So. Okay, das hätten wir. Das hätten wir. Schade, dass wir hier keine Affen in der Nähe haben. Dann werde ich den Sand erstmal so ein bisschen einschmelzen. Genau, und die Treppen können wir noch weiter bauen. Das stimmt. Also brauche ich auch noch Steine. Sand haben wir jetzt. So. Dann gehen wir gleich auf die nächste Jagd. Und farmen uns Steine. Ich hab aber... Keine Spitzhacke. Es fängt an zu regnen. Nicht hier, sondern im Real Life. Warum? Hä? Nein, Spitzhacke. Keine Axt. Ich sag Spitzhacke und mach mir eine Axt. Da sieht man mal wieder, wie ich schlau bin. Ich bin so müde, ne? Das glaubt ihr mir gar nicht. So, wir brauchen jetzt Stein. Stein, Stein, Stein. Stein. Dafür gehen wir einfach mal wieder irgendwo anders hin. Also, hier will ich nicht unbedingt Stein farmen. Da drüben irgendwo vielleicht. Mal schauen. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Gutes mit Stein. Ähm... Ich würde sagen, das reicht erstmal die Hungerleiste. Juhu! Yeah! Und jetzt fahren wir ein bisschen Stein für die Treppen. Naja, wir haben ja eigentlich... ...ordentlich was zu tun die ganze Zeit. Ah, Limon haben wir noch. Das ist... Das ist gut. Aber wenigstens etwas zu essen. Aber hier scheint es mir nicht wirklich viel... ...ääh... ...Dings zu geben. Hier gibt es nicht so viel Stein. Egal. Ich glaube, in der Richtung waren wir überhaupt... ...waren wir auch noch gar nicht. Ja, ich bin ein Mädchen und gehe mit Bikini schwimmen. Ist das nicht sexy? So. Ein Hai! Oh nein! Hilfe! Das ist ein Schwertfisch oder irgendwie sowas, ne? Oh, ein Leguan. Leguan. Komm her! Ah, ich habe das voll fett geaunt. Wieso kriege ich eigentlich immer so hässliche Spinnaugen? Wenn man die isst, dann schadet man sich selber. Das ist voll der Scheiß. Das ist das behinderteste Item, was ich kenne. Kennt ihr noch ein behinderteres? Genau, wir wollten uns Werkzeuge... ...äähm... ...aus diesem neuen Erzchen machen eigentlich, ne? Kann das sein? Die habe ich ja jetzt weggelegt, ne? Genau. Mist. Egal, müssen wir mal schauen... ...wie gut die sind. Die machen wir uns gleich einfach mal. Jetzt habe ich mir umsonst zwei... ...Steinspitzhacken gemacht. Da haben wir ja im letzten Part... ...in der Höhle gefunden. Da habe ich mich gefreut und... ...musste erst mal gucken... ...was das überhaupt ist. Also, ich finde... ...so welche Mods cool. Wo man... ...ja wirklich halt in eine eigene Welt dann kommt. ...und... ...wo du auch so einen Reiseführer, sag ich mal, hast. Denn... ...dann musst du nicht immer wie ein wilder... ...ääh... ...ne? ...ääh... ...die Items nachschauen. Da kannst du dir einfach so ein Buch... ...und dann steht alles so drin. Das ist eigentlich... ...immer richtig cool. Jetzt haben wir natürlich keine Fackeln... ...für Licht. Ach komm, leck mich doch am Hintern. Geh weg. Ist ja irgendwas... ...ja dieses Erz... ...aber sonst... ...sind hier nur Steine, oder? Wir gehen mal ein bisschen weiter erkunden. Wir haben noch mehr von diesem... ...Erz... ...aar so viel brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Oh, eine Spinne. Alles ist voll dunkel, also die Spinne ist voll weiß. Das sieht voll lustig aus. Geh per, ich brauch die für Möbel. Ich benutze... ...ich hab äh... ...ääh... ...Spinnenmöbel. Also... ...ich mach mir ja keine... ...ääh... ...keine Tierdinger, so. Ihr wisst Bescheid. Tier ausstopfen, ich stopfe Spinnen aus. Riesengigant... ...gigantische Spinnen. So, fucken. ...haben wir jetzt auch. Man kann's ja eigentlich losgehen. Ich darf mich aber nicht hier zu lange aufhalten, weil... ...es wird sonst dunkel und dann darf ich... ...ängstlich im Dunkeln nach Hause rennen. Das hab ich früher echt gehasst. Als kleines Kind. Ich bin immer zu meinem Freund gegangen. Der hat ja auch im selben Dorf wie ich gewohnt. Halt nur... ...ich sag mal 5 Minuten entfernt oder 10 Minuten entfernt. Und... ...ääh... ...ja, da hatte ich immer... ...da wollte ich immer ein bisschen früher nach Hause. Weil ich hatte halt immer Schiss... ...weil es dunkel war. Ich hab nichts gesehen. Dann war's so ruhig... ...und dann dachte ich gleich... ...ah, gleich kommt einer und holt mich... ...von hinten. Deswegen hab ich mich dann immer ganz schnell beeilt... ...und bin teilweise sogar gerannt... ...und beim Fahrrad hab ich Vollspeed gegeben... ...weil ich immer ziemlich... ...viel Schiss im Dunkeln fuhr hatte. Das ist echt schlimm.